Hallo, mein Name ist Tim Fischer. Ich sitze hier in der wunderbaren Garderobe im Garderobenwagen der Bar jeder Vernunft. Zur Not auf dem Klosett getan und einmal auf dem Tresen. Mit meinem Programm Absolut bin ich hier zu Gast. Begleitet werde ich am Piano von Rainer Bielfeld. Kommt mich doch bitte besuchen. Tschüss. Es gibt keinen anderen Ort in Berlin, wo man so eine Intimität spürt, wo man so mit dem Publikum wirklich auf Tuchfühlung ist. Einerseits wie in so einer Dorfkneipe, wo man sich so begegnet und sich jeder kennt. Und andererseits ist es eben das glamouröse Berlin. Zum einen habe ich einen wunderbaren Autoren und Interpreten entdeckt, Sebastian Krämer. Ein wunderbarer Schreiber, der wirklich an die Tradition von Friedrich Holländer oder Georg Kreisler anknüpft, aber eben mit heutigen Worten. Ich habe auch Lieder von Jacques Brel, die nichts von ihrer Wirkung verloren haben. Ich weiß, der Tod hat uns am Zügel, doch ich kann kein Weinen sehen. Ich habe auch Lieder von Gott, der Tod hat uns am Zügel, doch ich kann kein Weinen sehen. Ich habe auch Lieder von Gott, der Tod hat uns am Zügel, doch ich kann kein Weinen sehen. Vielen Dank.